Sehr verehrte Damen und Herren, wir freuen uns Ihnen erstmalig und noch nie dagewesenes, energieförderndes Erhol-Vitalgetränk in der schönsten Form der Welt präsentieren zu können. Ein Großvaters Rezeptgarant für liebliche, erholsame Erlebnisse. Wie wäre es zu realisieren, eine bessere Zukunft in Nu zu finden? Von Hand kinderleicht zu öffnen, füllt Falten, lindert Schmerzen, auch kopfüber leicht anzuwenden, bis auf den letzten Tropfen, figurformend, dank mehrmaliger Anwendung bereits nach sieben Tagen ersichtlich. Muskelentspannend in allen Regionen des Körpers spürbar, beginnend er bereits bei der zweiten Dosis. Überdosierung dank der aphrotisierenden Wirkung kaum möglich. Die durch die ergonomische Form des Behälters macht die Einnahme zum besonderen Erlebnis, besser und vitaler zu erscheinen. Wollen Sie in rascher, kürzester Zeit einen schönen, ansehnlichen Partner Ihnen gegenüber haben? Oder haben Sie es einfach satt, täglich sich mit Ihren geistigen, intelligenten Kapazitäten herumzuschlagen? Fühlen Sie sich motiviert und nicht ausgelastet, dann lassen Sie sich inspirieren. Mit fünf bis zwanzig Einheiten am Tag und Ihr Umfeld wird es Ihnen merklich danken. Nach spätestens 14 Tagen werden Sie direkten Kontakt mit Ihrem Chef bekommen, der Ihnen einen unausschlagbaren Vorschlag bringen wird, der Ihnen zu mehr Freizeit verhilft. Sie sind gefeuert. Raus! Ein wichtiger Verbraucherhinweis. Verpackungseinheiten in allen Größen, von Einzel über Sechser bis zum Kasten, finden Sie in allen Märkten des Landes und einzeln jetzt an unserem Getränkebars. Nicht zu vergessen, es darf in der Pause etwas konsumiert werden. Für Risiken und Nebenwirkungen steht Ihnen der Partner oder der Kapellmeister gerne zur Verfügung. Danke! Vielen Dank! Danke! Danke!